Hallo, mit dem G-Tec Multi ist das Sauger vom Auto ein Kinderspiel. Ihr kennt diese kleinen verwinkelten Nägchen, wie zum Beispiel hier in der Ablage. Mit dem herkömmlichen Staubsauger kommt man hier nicht rein. Der G-Tec Multi, mit seinem ausziehbaren Schlauch, tut das extrem vereinfachen. Die kommen überall hin, wo ihr wollt. Und mit dem Licht... ...seht ihr auch noch, ob ihr noch weiter suchen müsst. Die kommen überall hin, wo ihr wollt. Die kommen überall hin, wo ihr wollt. Die kommen überall hin, wo ihr wollt.